Die Feuerzeugkamera ist einfach zu bedienen und verfügt über HD-Auflösung. Eine Mini-LED kann aktiviert werden, zum Beispiel um den Nahbereich zu erhellen. Der Glimmdraht kann Zigaretten entzünden, die Tarnung ist also auch auf funktioneller Ebene gegeben. An der Unterseite befinden sich Kameralinse und Einschalter. Hier sehen Sie jetzt das Originalbild der Spionagekamera. Für mehr Informationen klicken Sie auf den Link unter dem Video oder besuchen Sie uns auf www.alarm.de